Früher gab es mal eine Zeit in diesem Land, da gab es Politiker, die hatten Ehre. Die sind hier hingekommen, haben gesagt, ich habe Fehler gemacht. Ich habe falsche Entscheidungen getroffen. Ich habe Kinder geschädigt, ich habe Familien zerrissen, ich habe Probleme in dieser Gesellschaft schlimmer gemacht, als sie hätten sein müssen. Ich trete zurück, ich stehe zu meinen Fehlern. Das gibt es nicht mehr in diesem Land. Hier klammert jeder an seiner Position, hier klammert jeder am Posten. Niemand hat hier in diesem Land mehr von unserer aktuellen Regierung Ehre. Das ist ein absoluter Skandal.